Wir sind jetzt zurück in Dinov1. Schön, dass ihr euch alle wieder hier eingefunden habt, zur Session Veränderungsmotor oder Profeuer, das Prinzip Lab als Rahmen für Aufbau und Innovation. Dabei geht es um reale und virtuelle Erkommensorte, Experimente und dadurch den praktischen Kompetenzaufbau der digitalen Entwicklung, wie wir alle wissen, eine wesentliche Rolle spielen. In den letzten Jahren gab es deshalb das Prinzip Labor vermehrt auch im Kulturbereich, der eingesetzt wurde als Sonderform des Lernens und des Wissenstransfers mit Fragen wie, wie sind sie organisiert, welche Methoden werden angewandt, was sind die angestrebten Ziele und was sie tatsächlich im Ergebnis sind. Dazu fallen jetzt unsere drei Rednerinnen, die ihr schon im Bild seht, ihre Erfahrungen mit uns. Den Anfang macht Katja Grawinkel-Glasen vom Forum Freiees Theater Düsseldorf durch FFP. Sie ist dort Dramaturin und für das Audience Development zuständig. Sie hat in den letzten Monaten in Düsseldorf mit neuen Formaten wie einem Online-Symposium, einem Live-Theater-Game für zuhause oder auf der Partreihe FF Talks for Long experimentiert. Sie bringen Theatermacher, Innen- und Game-EntwicklerInnen zusammen und entwickelt gerade ein digitales Foyer. Einige dieser Experimente stellt sich uns jetzt vor. Katja, die hat im Stage gespielt hier. Hallo, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich habe dich gerade ziemlich schlecht verstanden, Maybrit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schöne solidarische Grüße nach Berlin und sonst wo, wo ihr zuhört an diesem seltsamen Tag. Ja, ich möchte gerne meinen Impuls mit einem Einblick direkt beginnen in ein Laborformat, das wir im März 2020 gemacht haben, direkt vor dem ersten Lockdown. Also einige Seltsamkeiten daran werdet ihr sehen, die dieser Tatsache geschuldet sind, dass wir praktisch zwei Tage vor dem Lockdown da noch zusammensaßen. Es handelt sich um ein viertägiges Labor mit circa 35 KünstlerInnen bei uns im FFT aus drei verschiedenen Ländern zum Thema Theater und Games. Und das können wir uns jetzt eigentlich als erstes ein Video anschauen. Das würde Silvia für uns teilen. Wir werden jetzt dann runtergehen und uns alle anschauen, was in den letzten Tagen passiert ist. Aber es geht gerade ein Virus um. Es ist nicht unermäßig gefährlich. Ich sage jetzt mal, es ist der Greg-Alec-LG9. Und uns ändert der Gift-Virus. Und der führt eben dazu, dass man keine Empathie die Gabe mehr hat. Das hier ist ein Gesprächsanlass, um einmal darüber zu reden. Die Idee ist, dass wir halt zu diesen Koffern kommen, mit denen man dann beispielsweise ins Klassenzimmer gehen kann und sagen kann, jetzt packen wir hier nicht die große Theatertechnik aus und ziehen erst mal stundenlang Kabel, sondern wir haben hier Taster- oder Lautstärkesensoren, die alle kabellos im Raum bewegt und verteilt werden können. Ja, also B3 haben uns in den letzten Tagen natürlich sowohl privat als auch auf verschiedenen anderen Ebenen mit dem Corona-Virus beschäftigt. Das ist auch ein Interesse, dass wir mit diesem Spiel vielleicht herausfinden, welche Strategie bewährt sich eigentlich. Vielleicht habt ihr einige Leute, vielleicht haben sich einige selbst erkannt. Ich habe gerade schon gesehen, dass Birk Schindler zum Beispiel hier in der Session ist und Susanne Schuster, die auch in diesem Video zu sehen waren. Also das war tatsächlich ein ziemlich besonderer Moment. Die Herausforderungen bestanden unter anderem darin für uns, eine Situation zu planen und zu organisieren, die eine größtmögliche Offenheit beinhaltet und Ressourcen für einen Prozess zur Verfügung zu stellen. Das klingt vielleicht irgendwie so banal. Für ein Theater ist es das nicht unbedingt. Es lag der ganzen Veranstaltung eine Kooperation zugrunde mit der Gruppe Machina X und dem Studiengang Spiele und Objekt an der Hochschule Ernst Busch in Berlin. Und das Arbeiten im Netzwerken und das Arbeiten im Labor passen meiner Meinung nach sehr, sehr gut zusammen. Das würde ich direkt schon mal so als einen Stichpunkt festhalten, den ich immer an der Stelle sehr wichtig finde. Eine der kritischen Fragen bei Game on Stage war, wie schafft man sich Regeln auch in offenen Prozessen oder gerade in scheinbar offenen Prozessen? Offenheit darf nicht verwechselt werden mit der Übernahme impliziter Strukturen, haben wir festgestellt. Und das ist eine Lehre, die, glaube ich, gerade auch verschiedene Kulturinstitutionen ziehen, die sich Formate wie zum Beispiel den Hackathon zum Vorbild nehmen. Also das Stichwort ist hier auch so, was die strukturelle Diskriminierung. Offenheit darf nicht verwechselt werden mit einer Lehre an Strukturen. Wenn man, glaube ich, versucht, sehr offen zu arbeiten, muss man eben aufpassen, dass man dabei nicht außersehen auf Strukturen zurückfällt, die es schon gibt und die wir eigentlich abschaffen wollen, die vor allen Dingen mit Diskriminierung und Repräsentation zu tun haben. Ja, also ich arbeite schon seit acht Jahren am FFT in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob viele von euch uns kennen. Das FFT ist ein Produktionshaus für freie darstellende Künste und in unserer Arbeit ist das Prinzip des Labors sehr wichtig. Wir interessieren uns stärker für Prozesse und Praktiken als für Lösungen und Ergebnisse. Ich glaube, das kann man so pauschal sagen. Diese Arbeitsweise ist in den freien darstellenden Künsten natürlich angelegt, wo häufig lange Rechercheprozesse in die Probenarbeit einfließen und auch nach der Premiere noch wichtige künstlerische Entwicklungen stattfinden. Da ist die Wahrnehmung als Theater häufig sogar eher eine Herausforderung als eine Hilfe, weil sie falsche Assoziationen wecken kann, weil man beim Theater in den Kategorien Stück oder Werk denkt und auch sich die Künstlerin als so ein Genie, das für sich arbeitet, vorstellt und vor allen Dingen die Öffentlichkeit die spannendsten Prozesse häufig gar nicht miterleben darf. Die Herausforderung besteht also darin, den Begriff Theater zu überschreiben und sich zu fragen, kann ein Theater als Labor gedacht werden? Und wenn ja, wie und wie sehr muss es sich dazu verändern? Die Theaterarbeit mit digitalen Mitteln und Methoden bietet dabei, wenn sie die Interaktion mit dem Publikum in den Vordergrund rückt, die Möglichkeit, den Laborkarakter unserer Arbeit in den Fokus zu rücken. Statt Proben wird analog zu Prozessen im Digitalen zum Beispiel das Testen wichtig. Das impliziert häufig eine frühe Einbindung von Publikum und das Publikum ist an dieser Stelle auch nicht mehr als Zuschauerin gefragt, sondern als Expertin einer Erfahrung im Prozess, als Mitspielerin, Co-Kreatörin. Euch fallen vielleicht auch noch weitere Definitionen ein. Testspiele zum Beispiel bei Machina X erfordern viel Publikum schon vor der Premiere und gleichzeitig sind die Formate häufig so angelegt, dass die sogenannten Vorstellungen nur verhältnismäßig wenig Publikum zulassen können. Das heißt, so ein wichtiges Theaterprinzip wird eigentlich auf den Kopf gestellt, nämlich der Schutz der künstlerischen Arbeit, der sozusagen die Abgeschlossenheit, der Entwicklung bis zu diesem magischen Moment der Premiere, wo dann eine größtmögliche Zahl von Menschen dieses öffentliche Produkt der künstlerischen Arbeit wahrnehmen soll. Also dieses Prinzip funktioniert dann irgendwie nicht mehr oder funktioniert sehr anders. Dieses Bedürfnis mit Publikum zu proben, beziehungsweise zu testen, nimmt meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach in allen Formen interaktiver Performance zu. Und nicht nur da, wo es eine explizite Verbindung zum Digitalen gibt, also nicht nur da, wo jetzt wie bei Machina X der Rekurs auf Videogame vorhanden ist. Denken wir zum Beispiel an Oratorium von Shishi Pop, eingeladen zum Theatertreffen 2019, wo das Publikum als Chor agiert. Also ich halte mal fest, dass Arbeiten in Netzwerken und in offenen künstlerischen Prozessen, die nicht unbedingt nur auf ein Ergebnis ausgerichtet sind, lassen es sinnvoll erscheinen, unsere Arbeit in den freien darstellenden Künsten als Arbeit im Labor zu betrachten. Wenn es um interaktive Formate mit digitalen Mitteln und Methoden geht, dann wird die Probenarbeit zum Testbetrieb und das Publikum zur wichtigen Größe im künstlerischen Prozess und nicht erst am Ende dieses Prozesses. Und es versteht sich natürlich von selbst, dass dafür Kommunikation eine besondere Rolle spielt. Kommunikation zwischen Theaterschaffenden, aber auch ProgrammiererInnen zum Beispiel, die in Prozessen eingebunden sind. Aber ganz besonders natürlich auch die Kommunikation zwischen den KünstlerInnen und ihren ZuschauerInnen oder MitspielerInnen, je nachdem. Am FFT haben wir dieses Jahr das Projekt Das Digitale Foyer gemeinsam mit der Deutschen Oper am Rhein begonnen. Mit den beiden gerade genannten Punkten im Hinterkopf macht es Sinn, dieses Projekt ebenfalls als Labor zu denken. Zur Versuchsanordnung gehören die zwei extrem unterschiedlichen NetzwerkpartnerInnen, die noch durch die Expertise von sogenannten digitalen Partnern ergänzt werden. Es sind natürlich Ziele gesetzt für dieses Projekt, aber im Vordergrund steht für uns, gerade jetzt zu Beginn, die Offenheit gemeinsam zu gestalten. Das heißt, wie schaffen wir uns Strukturen der Zusammenarbeit, die es vorher noch nicht gab? In welchen Formen und Konstellationen wollen wir zusammenarbeiten? Wie holen wir uns Blicke von außen gezielt herein und wie kommunizieren wir gleichzeitig selbst nach außen? Ein wichtiges Merkmal dieses speziellen Projekts ist es, dass wir darin nicht die digitalen Bühnenproduktionen in den Fokus rücken, sondern die Räume, in denen wir noch stärker mit Publikum agieren. Die Foyers, die Schnittstelle zur Stadt. Also Foyer ist auch in dem Fall gar nicht unbedingt nur als der Raum in einem bestimmten Gebäude gedacht, sondern von da aus geht es direkt sozusagen gedanklich auf den Theatervorplatz, aber auch in die Stadt hinein, die ja meiner Meinung nach der digitalste Raum ist, den wir haben. Und natürlich aber auch soll das Foyer als Schnittstelle gedacht werden zu digitalen Räumen, rein digitalen Räumen. Ja, also Ziel ist es hier schon, den Eintritt ins Theater so zu gestalten, dass sich das Publikum als das gemeint fühlt, was es in unseren Prozessen so häufig ist. Als Co-Kreateur, Mitspielerin oder mein Lieblingszitat, the people formerly known as the audience. Das wäre es erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja. Kommunikation spielt sicher auch bei den nächsten Vortragenden ein großes Thema. Wir wechseln jetzt zum Museum für Naturkunde in Berlin, das nicht nur vor Ort im Experimentierfeld, sondern auch im Digitalen neue Wege geht. Dazu spricht jetzt Jana Hoffmann. Sie ist Leiterin des Forschungsbereichs Digitale Welt und Informationswissenschaft und leitet da konkret das Mediasphere for Nature, ein multimediales Applikationslabor und das einzige Labor eines Forschungsmuseums der Leibniz-Gesellschaft. Außerdem hat es, das ist eine Besonderheit, Anfang des Jahres den Sprung von einem temporären Projekt, also einer Projektförderung, zu einer verstetigten Struktur geschafft. Wir sind gespannt, was Jana daraus zu berichten hat. Jana, du hast das Wort. Ich starte mal. Mein Name ist Jana Hoffmann. Ich komme vom Museum für Naturkunde Berlin und ich möchte mich zunächst natürlich noch mal bei den Organisatoren für die nette Einladung bedanken, hier einen Impulsvortrag zu geben, und zwar über unser Applikationslabor für digitale Medien, das Mediasphere for Nature Applikationslabor. Ich stehe am Museum für Naturkunde für die digitale Transformation unserer Sammlung. Wir sind ein Forschungsmuseum und ich gestalte mit meinen Kolleginnen und Kollegen den Aufbau von offenen Wissensinfrastrukturen. Das kann vielfältig sein und basiert in der Regel auf professionellen Business Management für Naturwissen, weil das ist das, womit wir uns am Museum für Naturkunde beschäftigen. Und zum heutigen Thema, also eine Facette des großen Museums für Naturkunde Berlin, geht es ja darum, Veränderungsmotor oder Strohfeuer. Und ich möchte alle gerne auf eine Reise mitnehmen, anhand unseres Applikationslabors für digitale Medien, einen Ansatz kennenzulernen, wie wir einen Raum für Austausch und Innovation am Museum für Naturkunde schaffen wollen, schon in Teilen geschafft haben und in Zukunft noch ausbauen möchten. Doch zunächst möchte ich ganz kurz noch mal darauf eingehen, warum machen wir das eigentlich? Wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen das, um unsere Sammlung am Museum für Naturkunde zu öffnen, für neue Perspektiven. Und zwar für Perspektiven der Forschung, aber auch der Nutzung. Und das resultiert zum einen daraus, dass wir natürlich als offenes, integriertes Forschungsmuseum ganz international agieren. Aber wir haben natürlich auch im Sinne der Nutzung einen gesellschaftlichen Auftrag als Forschungsmuseum und auch im Berliner Raum zum Beispiel. Ein weiterer Punkt ist, dass wir diese Sammlungsentwicklung und Unterschließung, die wir bei uns vorantreiben wollen, nicht alleine machen wollen, sondern wir wollen sie im Dialog machen, im Dialog mit der Gesellschaft. Und das entspricht ganz gut unserer Mission, wo nämlich steht, wir erforschen das Leben und die Erde im Dialog mit den Menschen. Wir wollen das nicht alleine machen. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir unsere Sammlung näher ins Zentrum rücken wollen. Wir wollen sie so aufbauen, fit machen sozusagen, dass sie das Museum für Naturkunde als Innovationsmotor darstellt, und zwar in einem gemeinwohlorientierten Innovationsökosystem. Wir wollen teilhaben, wir wollen Teil auch der Gesellschaft sein. Und dafür müssen wir Putten bauen, weil das nicht unbedingt in einem sehr traditionellen Naturkundemuseum alles vorhanden ist, weder die Schnittstellen noch die Strukturen. Also haben wir mit dem Applikationslabor versucht, die notwendigen Rahmenbedingungen und Vermittlungsstrukturen zu schaffen und eben diese Miliasphere for Nature aufgebaut. Doch wofür steht das eigentlich? Was ist das eigentlich? Die Miliasphere for Nature ist dafür da, am Museum für Naturkunde ganz spezifisch Innovationsförderung zu betreiben und den aktiven Transfer von Wissen und Inhalten aus dem Museum in die Kultur- und Kreativindustrie zu fördern. Das war der Hauptauftrag und ist nach wie vor der Hauptauftrag dieses Labors. Und wie machen wir das? Wir wollen offene Zugangspunkte schaffen, sowohl digital wie analog und den Wissensaustausch zwischen den sogenannten Glam-Einrichtungen, also Galleries, Libraries, Archives und Museums mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen der Kultur- und Kreativindustrie und Kultur- und Kreativschaffende herzustellen. Dabei wollen wir Impulse geben für neue Produkte und neue Serviceinnovationen, die gemeinsam mit uns gebaut werden können, die aber wissensbasiert sein sollen. Und wir wollen eben mit diesem Labor, mit dieser Umgebung, diese Zusammenarbeit insbesondere auch mit der Kultur- und Kreativindustrie koordinieren, also dass das nicht diffus an einem großen Haus wie unserem funktioniert. Und dafür wurden wir gefördert und zwar für drei Jahre durch die Strukturmittelregionalfonds, EFREM-Mittel und dem Senat Berlin. Und das Projekt offiziell Naturkunde 365, wo die Miliasphere for Nature hervorgegangen ist, wurde offiziell im Januar 2020 abgeschlossen. Und es gibt sie noch und dazu werde ich jetzt gleich noch mehr sagen. Was wurde im Rahmen der Förderung aber unterstützt? Also wir haben zum einen unsere digitalen Infrastrukturen fit gemacht, also um in diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Wir haben neue Ansätze und Formate für den Kreativindustrie, Kreativindustrie, haben Netzwerke, neue Partnerschaften aufgebohrt und eben diese Laborumgebung, wo in Form von Co-Kreationen, Co-Produktionsprozessen Leuchttürungen entstehen sollen, die unterstützt werden mit sehr viel Equipment, also VR-Equipment, AR-Equipment, was wir zur Verfügung gestellt haben. Und all das, was ich gerade gesagt habe, ist unsere Miliasphere for Nature. Es ist also nicht ein Raum, sondern es ist vielmehr ein Portfolio von Angeboten, von Strukturen, von Prozessen, von Rahmenbedingungen und natürlich auch technischen Begründen. Und darauf möchte ich kurz jetzt noch mal im Detail ein bisschen genauer eingehen. Wir haben verschiedene Aspekte beleuchtet, also diese digitale Öffnung für neue Perspektiven wurde vorhin auch schon angesprochen. Zum einen mussten wir uns als Museum fit machen. Fit, unsere technische Infrastruktur, musste verbessert werden. Wir haben zum Beispiel ein Medienrepositorium aufgebaut und Schnittstellen, um unsere digitalen Inhalte besser nutzen zu können. Im Januar 2021 wird dann auch unser Rechercheportal erstmals online gehen. Aber all das sind nur Werkzeuge. Die Medien selber, die digitalen Inhalte müssen aufbereitet werden. Sie müssen thematisch zusammengefasst werden oder sie müssen mittels Storytellings zu geleiteten Inhalten werden. Das alles ist eben in diesem Rahmen von Narrativen und digitalen Medien vorangetrieben worden. Die neuen Partnerschaften haben wir uns, wir haben uns gesagt, wir können das nicht alleine machen. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir nur aus uns heraus uns ausdenken, was denn vielleicht unsere neue Partner brauchen könnten. Sondern wir haben das ganz aktiv mit den Kultur- und Kreativschaffenden gemeinsam gestaltet in den Jahren und haben eben Partnernetzwerke aufgebaut und gepflegt und gelernt zu pflegen und auch gelernt, einander zuzuhören. Und wir haben das über verschiedene Austauschformate gemacht, Meetups, Brunches. Und ich bin besonders stolz, dass wir trotz Corona dieses Jahr auch unseren virtuellen Meetup halten konnten, der auch sehr gut besucht war und zusammen mit dem Deutschen Museum in München gemeinsam gestaltet worden ist. Wir haben thematische Veranstaltungen, die ganz spezifisch zum Beispiel zur Nachhaltigkeit kommunizieren. Und wir haben doch sehr viel investiert in die Kommunikationskanäle, die auch vorhin schon angesprochen worden sind. Sowas wie Twitter, Social Media, aber eben auch eine Webpräsenz und ein Blog, wo wirklich, sag ich mal, alltagssprachengerecht unsere Erkenntnisse aufbereitet worden sind. Hier ein kleines Beispiel von einem Event, wo wir gemeinsam über digitale Infrastruktur gesprochen haben. So, und die Ansätze von Co-Produktion haben wir, habe ich ein kleines Portfolio mitgebracht, ein kleines, ein paar Demonstratoren, was wir gemacht haben im Laufe der Projektlaufzeit und wir sind aber weiter daran, genau diese Partnerschaften und Co-Kreationsansätze zu fördern. Das können zum Beispiel Demonstratoren sein, die mit unseren Medien entwickelt worden sind, mit unserem Wissen, wirklich richtige Wissensprodukte, Machbarkeitsstudien, also ganz vielfältig, hauptsächlich natürlich im digitalen Raum. Hier ein Beispiel der eine mit Beatbox, die der Grundlage von Tierstimmen aus unserem Tierstimmenarchiv im Hackathon von Coding Da Vinci mit einem Team gemeinsam entwickelt worden und weiterentwickelt worden ist. Oder ein barrierefreies Krokodil. Inklusion ist ein großes Thema, auch für Museen wie unseres und wo auf der Basis wirklich eines in der unsersammlung befindlichen Krokodils ein traktiles Krokodil entstanden ist, wo also bestimmte Punkte da sind, wo man anfassen kann und Informationen zu diesem Krokodil bekommen kann. Und es basiert eben wirklich auf einem authentischen Krokodil. Oder ein sehr erfolgreiches Produkt, was wir gemeinsam entwickelt haben mit der Interactive Media Foundation und Film Tank, die VR-Installation Inside Tumokomakwe, wo man wirklich in die Sinne von Amazonastieren einsteigen kann über eine VR-Anwendung und erfahren kann, hier unten rechts sieht man das, wie ein Frosch seine Umgebung wahrnehmen würde, so als künstlerische, halbkünstlerische Interpretation, die doch aber auch ein bisschen basiert. Und ein anderes schönes Beispiel, wie man das auch wieder in den Raum zurückbringt, ist unsere Augmented Reality Immersive Storytelling App, der Vogelfinder, der also unseren historischen Vogelsaal, der nicht zugänglich ist für die Öffentlichkeit, normalerweise mittels einer geleiteten AR-Anwendung mittels Smartphone erfahrbar gemacht hat. Und das haben wir getestet und geschaut, wie wir damit zurechtkommen. Das sind nur ein paar Beispiele, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich habe jetzt hier den kleinen Spruch, wir sind gekommen, um zu bleiben und gegen das Strohfeuer zu argumentieren. Also im Rahmen des Zukunftsplans hat das Museum für Naturkunde eine sehr substanzielle Förderung bekommen für den Bau, den Gebäudekomplex, aber auch für unsere Sammlungserschließung und die Wissenschaftskommunikation. Und im Rahmen dieser Sammlungserschließung, die wir dann vorantreiben wollen, wir haben so 30 Millionen Objekte, um die wir uns kümmern werden, ist genau diese Medias Viproneta, dieses Applikationslabor da, um Brücken zu bauen, um wieder zurückzukommen zwischen den Anforderungen aus den verschiedenen Communities und der Sammlungsentwicklung, weil wir wollen das nicht alleine machen, sondern wir wollen das Nutzergetrieben machen. Das heißt, sie ist jetzt schon ein integraler Bestandteil dieses Zukunftsplans und wir arbeiten jetzt auch mit anderen Partnern, anderen Forschungsmuseen daran, ein Transfermodell für andere Museen zum Beispiel zu entwickeln, die Bausteine, Elemente oder auch das ganze Paket dieses Applikationslabors gerne ausprobieren können, bei sich selbst zu etablieren und auf unseren Learnings letztendlich aufbauen können. Ich möchte einen kleinen Hinweis noch geben dazu, wie wir das einbieten, auch kommunikativ. Gibt es also diese Kampagne Natur Digital vom Museum für Naturkunde Berlin, wo auch neben den Angeboten, die ich jetzt hier vorgestellt habe, noch andere Angebote zusammengefasst werden im digitalen Bereich, die das Museum gestaltet. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Gut, ja, also vielleicht kurz zu mir. Also mein Name ist Clemens Neulicke. Ich bin Referent für Forschung an der Staatsbibliothek zu Berlin, preußische Kulturbesitz. Also auch von mir nochmal vielen Dank für die Gelegenheit, hier über die Labs zu sprechen. Ich finde es auch ganz schön, wie schon also ausgehend von der Einleitung von Nikolas über das, was die beiden Kolleginnen schon jetzt hier dargestellt haben, dass das sehr gut, glaube ich, auch in dem anschließt, was ich jetzt hier kurz zeigen will. Ich habe im Prinzip mir gedacht, ich zeige mal so ein bisschen, wie mein persönlicher Weg war zu Labs als auch Organisationsraum oder Form für Kultureinrichtungen. Und ich gebe mal so zwei Beispiele, weil ich in der Vergangenheit einmal in den Niederlanden so ein Lab mit aufgebaut habe und dann hier in Berlin und möchte das so ein bisschen auch kontrastieren, damit wir dann auch so ein bisschen am Ende zu so ein paar Fragen und Provokationen kommen, eben Strohfeuer oder nicht. Genau, ich beginne mal vielleicht nochmal ganz kurz. Also so viele kennen das wahrscheinlich schon, aber so dieser Weg Glam Labs sozusagen begann zumindest für mich auch und ich glaube so im Großen und Ganzen kann man auch sagen, das war so ein schreiendes Anstoßes mit der New York Public Library. Da gab es damals ein Team von digitalen Kuratoren, Innovatoren etc. die sich da zusammengefunden haben und recht schön ist das auch zusammengefasst in diesem Artikel von Ben Bershboe, Hacking the Library. Und ja, das war so auch für mich glaube ich so ein bisschen so ein Eingangspunkt, der ja auch schon ein paar Mal genannt wurde, hier eben Hacking, auch jetzt wirklich so als Art des sich aneignens von Daten oder Werkzeugen. Ich habe selbst auch, bin seit langen Jahren Mitglied im Chaos Computer Club und das war irgendwie automatisch interessant sozusagen, wie kann man die Bibliothek hacken. Das erste Beispiel, was ich dann kennengelernt habe innerhalb Europas, waren die British Library, die also mit Fördergeldern in dem Fall so ein Lab als Projekt sich mal aufgebaut haben. Und was ich auch ganz interessant finde, was wenig eigentlich bisher so diskutiert wurde, ausgerechnet dieses scheinende Beispiel der New York Public Library, wo auch dieses schöne Bild hier eben rechts, was hier eingeblendet ist, herkommt, das wurde so 2016 dann mehr oder weniger aufgelöst. Also dieser Bereich des Labs wurde quasi in die Gesamtstruktur integriert, aber auch sehr viele damals der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dieses Labs haben auch darüber letztendlich die Library, die Bibliothek verlassen. Also ist immer so ein Punkt, denke ich, den man noch nicht wirklich in dieser Labs-Community aufgearbeitet hat, warum ausgerechnet so dieser strahlende, dieses strahlende Beispiel, worauf viele noch immer zurückkehren, warum es das eigentlich in der Form gar nicht mehr gibt. Genau, dann gab es eine Reihe von Workshops, organisiert eben glücklicherweise durch die British Library, die da eben auch Funding dafür hatte, wo sich so ein bisschen die internationale Glam Labs-Community auch getroffen hat und was ganz schön ist, dass dann doch so eine Form von Verstetigung zumindest innerhalb dieser Community entstanden ist, die dann auch gemündet hat in einem Book Sprint in Doha letztes Jahr, wo dann im Prinzip so eine Art Anleitung, wie man ein Glam Lab überhaupt startet, aus diesen Erfahrungen dieser verschiedenen Teilnehmer zusammengestellt wurde. Und ich habe diese Erfahrung eben auch zweimal gemacht und möchte es mal kurz zeigen, wie unterschiedlich oder wie jeweils die Wege waren, und zwar einmal eben an der Nationalbibliothek der Niederlande. Da haben wir eben auch diesen Artikel von Ben gelesen und uns gedacht, naja, es gab da auch Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die auch so ein bisschen einen Hacker-Background haben und wir hatten doch tolle Daten, Kulturdaten, die frei sind, was können wir da machen? Und man hat im Prinzip erstmal mit wenig Geld in den externen Server gekauft, Open Source wurde auch schon vielfach genannt, einfach mal versucht, Dinge da zugänglich zu machen, mit einem totalen halben Nachmittagsprojekt. Und das Ganze hat doch irgendwie so viel Anklang gefunden, dass die Bibliothek gesagt hat, wir machen das als Projekt, wir geben euch da einen gewissen Umfang Freiräume qua Zeit, die ihr sozusagen von eurer Regelarbeitszeit auch verwenden dürft, um euch um dieses Lab zu kümmern, konzeptionell, aber auch um Inhalte zu erarbeiten. Es wurde ein Team zusammengestellt, was auch aus unterschiedlichen Einrichtungen, aus Bereichen der Bibliothek geformt wurde und es gab tatsächlich auch ein bisschen Geld. Und so hat man dann sukzessive versucht, diese Inhalte aufzubauen, was ganz wichtig war, dass man eben auch sich hier so ein bisschen als Ziel gesetzt hat, man möchte einen Fokus legen auf die Öffnung speziell zur Forschung hin. Digital Humanities ist da natürlich ein großes Thema und ist sozusagen mit dem Team des Labs und ein paar Daten durch die verschiedenen Forschungsinstitute gezogen, also das Lab auch wirklich proaktiv vorgestellt. Und das Ganze hat relativ positive Früchte getragen, sodass also seit 2017 das Lab der Niederländischen Nationalbibliothek auch als fester Programmbestandteil sozusagen der Dienste und Angebote der Bibliothek etabliert wurde. Es hat ein neues Design bekommen. Ihr könnt euch das angucken hier unter labkw.nl. Und Lili Klibber, die Generaldirektorin der KB, die wir da unten sehen, hat also 2018 auch verkündet. Also es ist mittlerweile ein Essential Service im Portfolio der Bibliothek. Ist also quasi auch in der Verstetigung angekommen. So sieht das Ganze dann aus. Nur noch mal kurz, ihr könnt es euch selber angucken. Aber so die Kernaspekte, die, glaube ich, auch schon jetzt in den anderen Vorträgen immer wieder durchgekommen sind, sind natürlich hier einmal die Öffnung, also von Daten in erster Linie, aber auch von Tools, von Beispielen, von Ideen, der Experimentcharakter. Also, dass man auch scheitern kann, dass man auch mal Dinge einfach ausprobieren kann, die vielleicht dann doch nicht funktionieren. Dass man das Ganze in einem partizipativen Wege machen will, also sozusagen nicht aus der Bibliothek heraus bedienen, sondern Dinge gemeinsam erarbeiten und natürlich idealerweise dabei auch voneinander lernen. Genau, dann kam ich vor, glaube ich, sieben Jahren in die Staatsbibliothek in Berlin. Und natürlich gab es auch dort viele interessante Daten und viele Kolleginnen und Kollegen, die sich auch für die Idee begeistern ließen. Aber auch hier muss ich wieder sagen, das Ganze eigentlich aus so einem Graswurzel-Aspekt heraus haben wir uns eigentlich da erstmal mit ein paar Willigen und Mutigen sozusagen zusammengetan und auf der Basis unserer Blog-Plattform einfach mal so eine Website erarbeitet, wie sowas aussehen könnte, basierend auf den Daten der Staatsbibliothek Berlin. Und in dem Fall kam eigentlich vor allem über zum Beispiel, hier danke auch nochmal an die Kolleginnen und Kollegen hier, die auch für euch mit anwesend sind, von Digis und Coding Da Vinci, dass wir im Prinzip externe Plattformen genutzt haben, eben die Hackathons von Coding Da Vinci, von Europeana, der europäischen digitalen Bibliothek oder auch über Drittmittelprojekte, in denen wir das durchgeführt haben, um darüber Inhalte erstmal zu erarbeiten für das Lab. Das heißt, das Ganze fand eigentlich sehr stark bisher außerhalb des normalen Bibliotheksbetriebs statt. Und seit zwei Jahren haben wir nun mittlerweile jährlich einen Hackathon, der auch hier letztendlich auf freiwilliger Basis von den Kolleginnen und Kolleginnen organisiert wird, die sich eben auch für dieses Konzept, für diese schon genannten Thematiken, die man eben auch mit Labs verbindet, interessieren. Und hier, ja, wie gesagt, größtenteils in Freiwilligkeit und Überstunden, aber dann doch, wie ich finde, zwei sehr erfolgreiche Hackathons in den letzten Jahren entstanden sind. Der letzte erst kürzlich. Vielen Dank auch hier nochmal an die Technologiestiftung, die uns da die Hackingbox auch ausgeliehen hat. Und ja, so haben wir letztendlich, damit komme ich auch schon fast gleich zum Schluss, unsere Arbeit, unsere Inhalte im Lab eigentlich vor allem über externe Plattformen und Veranstaltungsformate erarbeitet und stehen jetzt intern so ein bisschen vor der Frage der Evaluation, wie geht es weiter mit dem SPD Lab. Es gibt nach wie vor keine dezidierten Ressourcen oder Strategien, sondern es wird nach wie vor eben vor allem auf Freiwilligkeit und externen Projekten gespeist. Und immerhin kann ich schon mal vielleicht hier ankündigen, heute hat eine neue Kollegin bei uns begonnen, die sich darum kümmern soll, ein Lab auf dem Ebenen, auf dem Niveau der gesamten Stiftung, also inklusive auch der staatlichen Museen zu Berlin, das geheime Staatsarchiv und so weiter aufzubauen. Und ich wünsche mir natürlich, dass damit auch eine Form der Verstetigung für die Aktivitäten hier einhergeht. Genau, damit komme ich zum Schluss. Hier sieht man nochmal, genau so sieht es aus. Im Prinzip die Grundkategorien und Aspekte gleichen sich mit denen auch aus den anderen Labs. Ich würde euch einfach einladen, euch da mal umzugucken. Aber dann doch noch kurz so ein paar Provokationen, habe ich Sie genannt, mal in die Diskussion geben. Und zwar zum einen haben wir eben gesehen, es gibt hier diese Ziele, aber woher kommen die eigentlich? Entstehen die aus einem Nutzungsinteresse? Entstehen die aus einer Begeisterung hier von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Oder werden die strategisch vorgegeben? Das hat, glaube ich, ganz unterschiedliche Aspekte darauf, wie auch so ein Lab sich entwickelt. Ein zweiter Aspekt, finde ich interessant, ist, wer sind dann eigentlich die Laborantinnen? Also meistens zeigt sich, man braucht hier Leute aus unterschiedlichen Teams mit unterschiedlichen Qualifikationen. Man braucht eine besondere Zusammenstellung von Kompetenzen und auch Kommunikation. Gibt es diese überhaupt bisher sozusagen als Aufgabe, als Rolle? Wie findet man diese Leute? Und als letztes eben der Aspekt, der ja auch schon mehrfach genannt wurde. Es geht letztendlich aus meiner Sicht auch nicht darum, hier nur Daten sozusagen möglichst über APIs oder zum Download anzubieten. Das ist auch schön. Aber wie können wir tatsächlich auch die Kontrolle über die Verwendung und sozusagen die Ermächtigung der Nutzer, wirklich sich diese Daten zu eigen zu machen? Wie können wir die herstellen? Und sind die Einrichtungen, die die Daten sozusagen verwalten, überhaupt schon dazu bereit, diese Kontrolle abzulegen? Vielen Dank. Vielen Dank, Clemens. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt wieder hören. Sorry, dass die letzten zwei Moderationen ins Nirgendwo gingen. Clemens, du hast schon einen super Auftakt gemacht für die Q&A. Da würde ich gerne die Frage gleich an Katja weitergeben, weil Jana gerade nicht bei uns ist. Zu dem Thema Teilhabe. Wer sind denn aktuell eure LaborantInnen? Und sind das die, die ihr gerne haben möchtet? Oder zum Thema Outreach und Zielgruppen, wo würdet ihr gerne noch ran, Katja? Das kann man gar nicht unbedingt parallel so beschreiben. Also das habe ich ja, hat man in diesem Video vielleicht nicht so gut gesehen, aber habe ich jetzt direkt gedacht. Also das sind sehr unterschiedliche Laborformate. Bei uns sind das die KünstlerInnen. Also und ich habe mich auch gerade gefragt, was bei uns im Theater eigentlich die Daten sind. Also das Publikum kommt natürlich an der Stelle mit rein, wo man irgendwie sozusagen diese Testing-Verfahren oder so als Teil von Probenarbeit betrachtet. Aber ich glaube, im Theater ist das schon auch nicht zu verkennen, wenn man sich mit einer ganzen Menge von EinzelkünstlerInnen und Gruppen trifft und alle bringen ihre eigenen Ideen mit und man teilt erst mal relativ offen und bildet vielleicht auch so neue Allianzen oder so. Weil gerade in der freien Szene ist das an der Stelle ja schon sehr stark von einer Konkurrenz eigentlich geprägt. Jeder muss ein geniales Projekt entwickeln, muss das einreichen und dafür Förderung bekommen. Und dann guckt man sich gegenseitig an. Und das wäre jetzt so ein Prinzip, an dem man diese, also im Lab das so ein bisschen diese Formate so aufhebeln könnte. Und das, was du jetzt Outreach genannt hast, das findet meiner Meinung nach an einer anderen Stelle statt. Wie sieht es denn bei euch aus? Hast du die Laborantinnen, die du gerne hättest? Ja, also hoffentlich jetzt zumindest sind wir eine Person sozusagen. Aber das ist bisher, das ist tatsächlich, sage ich mal, eine Coalition of the Willing von, ja, wie gesagt, größtenteils Leute, die sich eigentlich so ein bisschen für diese Idee interessieren und vielleicht auch schon persönlich versucht haben, im Rahmen ihres eigenen Arbeitsbereichs oder ihrer eigenen Projekte solche Aspekte eben, wie mehr Öffnung, mehr Partizipation experimentieren, auch umzusetzen. Und für uns war das zum Beispiel insofern sogar ganz interessant, dieses Lab für die Stadtbibliothek mal hochzuziehen, weil wir darüber auch im eigenen Haus sozusagen Kolleginnen und Kollegen erst identifizieren konnten, die bereits schon im stillen Kämmerlein oder in ihrem Fachbereich da ähnliche Aktivitäten sozusagen verfolgt haben, aber sozusagen noch keine institutionelle Plattform oder Form der Zusammenarbeit dafür gefunden haben. Das ist der eine Aspekt intern und der andere Aspekt ist natürlich schon auch der extern, dass wir sagen, wir wollen eben hier natürlich unsere Daten anbieten, aber wir wollen hier nicht letztendlich die Leute anleiten, wie sie diese Daten nutzen oder selbst irgendwelche Anwendungen hier promoten, sondern die Anwendungen, die wir hier sozusagen zeigen, die sind alle von Dritten erarbeitet worden und wir wollen natürlich eigentlich dabei auch gerne lernen und besser verstehen, wie wir für diese unterschiedlichen Gruppen, die ganz verschiedene Interessen haben, wie sie die Daten verwenden wollen oder was sie für Ideen haben zur Zusammenarbeit, wie wir für die sozusagen dann auch entsprechende Angebote schaffen, wo sie sich auch willkommen fühlen. Und ich glaube, da ist sicherlich auch wieder dieser wichtige Punkt eben, dass man da eine spezifische Öffentlichkeitsarbeit auch braucht und eine spezielle Kommunikation auch. Klar. Wir verlieren leider Jana am Ende der Session. Silvia, hast du noch Fragen stellende, die mit Video dazukommen? Jana ist gerade mit Handy wieder. Nein, wieder raus. Schade. Ja, wir haben leider technische Probleme mit Jana. Ich hoffe, dass das irgendwie noch funktioniert. Jetzt versucht sie es nochmal. Hallo Jana, ich hoffe, das klappt jetzt besser. Du müsstest den Computer kurz mal muten, sonst hören wir dich im Loop mit Handy. Genau, wir haben zwei Video-Anfragen von Sarah Oertel und Martin Delius. Die haben mir aber keine Rückmeldung gegeben, ob sie tatsächlich eine Frage haben oder einfach nur sichtbar sein wollten. Also an alle, ihr könnt natürlich in der freien FAQ-Session jetzt Fragen stellen mit Video und Audio, wenn ihr das möchtet, nicht nur im Chat. Genau, Jana, ich hoffe, das klappt jetzt besser, dass wir uns hören. Das ist witzig, dass es beim Handy jetzt besser geht als mit dem Laptop. Keine Ahnung, was das ist. Ja, sorry. Ja, Jana, schön, dass wir uns jetzt das erste Mal hören. Wir hatten gerade die Frage, ob du im Labor, also in euren Laborformaten, schon die Leute erreichst, die du gerne hättest, oder siehst du da noch Ausbaupotenzial? Also prinzipiell würde ich sagen, ja. Wir haben definitiv die Leute erreicht, die wir wollten. Und das Ziel war ja tatsächlich, im Berlin-Brandenburg-Raum auch wirklich die Kultur- und Kreativschaffenden zu erreichen. Und tatsächlich ist der nächste Schritt für uns eigentlich, in die Stufe weiter zu gehen. Also sowohl deutschlandweit als auch international quasi da an Strahlkraft zu gewinnen und da Partner noch zu gewinnen in dem Bereich. Also das, wir haben unseren ersten Schritt gemacht. Und ich denke, wir werden jetzt gerade, weil wir mehr digital werden, auch noch den Schritt weiterhin ausgehen nach Deutschland und international. Okay, super. Dann vielen Dank euch dreien für eure Impulse. An euch alle, die hier zuschauen, entschuldige Technik. Wir sind ja auch selbst in einem Experimentierformat mit Hop-In. Da ist definitiv noch Ausbaupotenzial. Wir machen jetzt hier im Block 1 eine Pause. Wenn ihr am Bildschirm bleiben möchtet, dann könnt ihr jetzt über den Sessions-Icon auf der linken Seite in den Freiraum wechseln. Dort stellt sich dann eines der Förderprojekte der aktuellen Runde vor. Das ist KULIBA, kulturdigital barrierefrei. Thorsten Hesse und Matthias Strobl von Handicap e.V. und von MusicTech e.V. stellen dort ihr Projekt vor. Wir haben dort Platz für 20 Teilnehmerinnen. Ihr könnt also auch in Video und Audio untereinander diskutieren. Alle anderen können zuschauen. Konkret gibt es auch einen Hackathon, den wir gerade vorbereiten, um Barrieren für kulturelle Teilhabe abzubauen. Da wird gleich auch im Chat gepostet. Schaut euch also die Website an und wechselt doch einmal in den Freiraum, dass ihr mit Thorsten und Matthias direkt sprechen könnt. Hier geht es gleich um 14.45 Uhr. Hier heißt im Block 1, also wieder der Session Block 1 weiter, mit Kulturminister Dr. Klaus Lederer und seinem Beitrag Schwerpunkt Digitalisierung. Wo stehen wir? Wollen wir hin? Also bleibt hier in der Session und chattet untereinander. Dann geht es um 14.45 Uhr mit dem Programm weiter oder wechselt in den Freiraum oder macht euch eine kleine Bildschirmpause. Bis gleich in 13 Minuten. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Vielen Dank.